So, jetzt mal ein Movie von mir, ein Kurzmovie. Wir sind ja in Bangkok angekommen, und hört es. Da lachst du auch, oder? Wo ist er? Er ist gerade Mutter geworden, oder? So, also, ein kurzes Update. Wir gehen ja Wohnung suchen. Beziehungsweise Haus suchen. Mal sehen, wie es kommen wird. Das werdet ihr dann morgen sehen. Ansonsten, ja, die Oma ist super happy. Die springt rum, die hat ein Lächeln, die freut sich. Die rennt noch förmlich hinterher. Willst du Kaffee haben? Willst du was essen? Willst du was machen? Supi. Otto, bist du happy? Freust du dich, wenn wir hier sind? Ist das schön? Oder ist die Butter ja besser? Hier, Alola ist besser. Ja, sie ist auch zufrieden, obwohl sie zeitweise überfordert ist mit Otto. Und ja, war alles easy. Alles schön. Die Erziehungsmaßnahmen von Theis ist manchmal, naja, aber ich weiß nicht schon, das muss ich nicht verstehen, ist manchmal, da ist wieder das Gesicht geworden. Und der Respekt vor jemand anders, der wird so hoch geschrieben, dass sie schon manchmal ganz schön losbeutert. So. Lola war natürlich super happy. Die ist gleich losgefressen. Die hat gar nicht mehr von mir gelassen. Na. Na. Komm. Hoch. Na. Jawoll. Ja, der freut sich natürlich. Hm. 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 Ja. 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 Oh. Gut. So. Also jetzt rennt man Lola stetig hinterher ohne Otto. Also wenn ich mal zwei, drei Meter nach vorne laufe und mal einen Meter zurückgebe, weil ich fast vergessen habe, geht es gar nicht. Oh. Was willst du uns zeigen? Hast du gekriegt? Ja? Oh. Monster. Fallmonster. 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 Yeah. Na so ein guter. Ja. Ja. Ja, ja. Warte, Papa macht noch mal Movie und dann sehen wir mal, ja. Also ihr seht ja, schulisch geht es auch voran. Also so alles. Alles supi. Wir werden mal sehen, was mit dem mit dem Wohnung rauskommt. Ja. Da werde ich euch morgen berichten. Ansonsten würde ich sagen, wir machen Werbung. Ja. Ja. Gefällt dir das? Du hast das in. Also meine Frau hat Otto was mitgebracht. Und das lass ich verstehen. So, was hat Mutti dir mitgebracht? Ei. Ein. Ein rosa Einhorn mit, äh, äh, äh. Puren. Na ihr wisst schon. Regenbogenfarben. Puren. Ja, gut. Puren. Das verschenkt man nicht zur Woche, ne? Also in dem Sinne, äh, wollen wir uns, äh, wollen wir das Movie heute nicht so lange machen. Äh, ich schicke noch ein paar, äh, Versprecher hinterher. Ansonsten, ja freut euch auf morgen. Und in dem Sinne, viel gucken. Abo nicht vergessen. Aber, wie gesagt, das Spiel hatten wir ja gestern schon mal. Ansonsten, alle gesund bleiben und alle glücklich werden. die Polizei zum Alter war, stop. Stop. Wir müssen eine Alkohol. Alkohol. Irgendwas müssen sie durchführen. Ich hab es vergessen. No, no, no. Hoi. Hier sind wir, Seven World. So, also, ich wünsche auf jeden Fall allen eine schöne Woche und, äh, soll ich vergessen, was ich reden soll.